Servus Leute, zum neuen Video. Es ist endlich soweit. Wir haben Europa Cup in Stuttgart. Ich bin gerade auf dem Weg zur Strecke. Auch ganz verrückt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ich habe einfach zu Hause in meinem eigenen Bett geschlafen und komme jetzt morgens mit dem Fahrrad zum Rennen. In Reis Nummer 48 we have the guy from France. Raising with a play number 815. This one is going to be Eddie Klecht. Eddie Klecht is on the inside in the first corner. It's the guy from the UK. He is taking over the number 1 position. Team TVA Sport, it's Ross Cullen. So it's Cullen in 1, Klecht in 2. We're looking to the guy in spot number 3 is the guy from Ecuador. Ladies and gentlemen, it's Wilson Goyones. Oh, Italy is coming really close. Hey, Mocha! Länder! Musik 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 Applaus Applaus war sein tag heute ich bin im round 1 rausgeflogen eigentlich und dann last chance gewonnen habe ich eine richtig gute erste geradien gelegt bis auf dem triple ich hoffe das hat keiner gesehen dann achtelfinale meine absolut beste runde heute die erste kurve die werde ich mein leben lang nicht mehr vergessen das war das war richtig geil dann viertelfinale noch mal weitergekommen einfach ins halbfinale gefahren heute das war es war total um euch ein bisschen kontext dagegen klar ich bin in rabels ins finale gefahren das war stark aber hier in stuttgart war die konkurrenz noch mal so viel stärker da ins halbfinale zu kommen ist brutal einfach auch jetzt die letzten drei wochenenden wie es ja verläuft gerade erst in rabels ins finale dann anderthal gewonnen und jetzt halbfinale unglaublich morgen ist auch mal ein tag ich weiß nicht ob es noch besser werden kann als das aber ich bleibe auf jeden fall dran auch erwähnenswert stefan heil dritten platz gemacht richtig richtig stark jonas ballerbach platz 4 ist schon geil von den jungs fünf deutsche im halbfinale auch unvorstellbar gewesen bei anderen rennen und ja morgen ist noch mal ein tag mal schauen ob es noch zu toppen ist ich kann es mir fast nicht vorstellen aber wir werden es auf jeden fall versuchen und dann ja let's go also weiter geht's der zweite tag steht an ich merke meinen crash von gestern doch ein bisschen mehr als erwartet ich habe ein richtiges ei am ellbogen ich zeig es euch mal was ich gestern noch vergessen habe zu erwähnen ist mein bruder ist ins finale gefahren bei 1724 glückwünsche an dich brutal starke leistung ich hoffe dass es heute noch mal so gut läuft aber wenn nicht ist auch nicht schlimm gestern war schon echte hammer ich nehme heute noch mal das beste mit was geht und ja schauen wir wie es läuft let's go so 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 so